Hallo, mein Name ist Florian Buzicci und ich mache die Ausbildung als Konstruktionsmechaniker bei der Firma MEH. Jetzt zeige ich euch meinen Beruf. Wir stellen Turbelbeschichtungsanlagen her und ich selber bin in der Blechbearbeitung zuständig. Das Spannendste an meinem Beruf ist, würde ich sagen, dass wir jeden Tag neue Konstruktionen bekommen und unser Kopf dadurch dann halt auch anstrengen müssen. Die Ausbildung dauert dreieinhalb Jahre lang, außer man hat ein Fachabitur, dann kann man um ein Jahr verkürzen. Die Berufsschule ist in Bretten. Da wir eine kleine Firma sind, sind wir sowas wie eine Familie, würde ich sagen. Und man kennt sich, man kennt jeden. Für die Ausbildung notwendig ist auf jeden Fall mindestens ein Hauptschulabschluss. Man sollte motiviert sein und handwerklich begabt wäre auch gut. Falls dir mein Beruf gefallen hat, dann bewerbe dich doch gerne bei der Firma MEH in Wimsheim. Wir freuen uns auf dich.